Eine Million Träume ist alles, was nötig ist. Eine Million Träume für die Welt, für die Akrobaten, Gymnasten, Turner und Tänzer erschaffen werden. Und diese werden beim 18. offenen WCFB-Forum Bewegungshorizonte des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes Wirklichkeit. Es war sehr aufregend, würde ich sagen. Wir hatten alle davor ganz schön Lampenfieber, aber es hat uns sehr gefallen. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit. Also für mich war es der erste Tanz mit meiner neuen Tanzgruppe und es hat so viel Spaß gemacht und ja, es war wunderschön. So unterschiedlich wie die Gruppen sind, sind auch die Performances. Mal schweben die Akrobaten durch die Lüfte, dann rocken Nonnen die Böhne, aber auch Darbietungen auf einem Aerotramp dürfen nicht fehlen. Ob klein oder groß, Anfänger oder Profi, die Darstellerinnen und Darsteller ziehen das Publikum in ihren Bann und entführen sie in eine andere Welt. Und es ist immer wieder eine tolle Freude, mit allen zusammen zu tanzen. Es ist so viel Wärme, so viel Herzlichkeit und ich möchte es gegen gar nichts mehr eintauschen. Ihr seid meine Besten! Mit coolen Outfits und Moves betreten die 9- und 10-jährigen Sweetfreaks vom TC69 Berlin-Wilmersdorf die Fläche. Hier geht die Luzi richtig ab. Ich fand das Tanzen sehr schön, weil da konnte man einfach tanzen und an nichts anderes denken. Das war einfach toll! Während die Inklusionstanz-Crew Tansperium bestehend aus der Berliner Turnerschaft und den Lichtenberger Werkstätten zum Mittanzen animiert, besetzt der Gym-Mix vom 1. VfL Fortuna Marzahn das Publikum in Staunen. Einhändige Räder mit Bällen und Beweglichkeit vom Allerfeinsten. Die Mädels sorgen dafür, dass diese Darbietung nicht so schnell vergessen wird. Es gibt sehr viele schöne Erinnerungen. Also es ist sehr schön, wenn man von klein auf anders macht und dann immer größer wird und weitermacht. Wenn man immer in die lachenden und fröhlichen und glücklichen Augen der Teilnehmer schaut, dann ist das immer ein ganz, ganz schöner Moment und immer wieder so eine Motivation, schon wieder an die nächste Veranstaltung zu denken. Eine Million Träume ist alles, was dafür nötig ist. Eine Million Träume für die Welt, für die Akrobaten, Gymnasten, Turner und Tänzer erschaffen werden. Diese wurden beim 18. offenen BCFB-Forum Bewegungshorizonte des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes Wirklichkeit. Und wir alle waren ein Teil davon.